Hat Dieter Bohlen, 69, etwa nie selbst gesungen? Als Popmusik-Duo Modern Talking wurden der Pop-Titan und Thomas Anders, 60, weltweit berühmt. Mit Hits wie Cherie, Cherie Lady und Brother Louis prägten sie die 80er und 90er Jahre nicht bloß in Deutschland. Die beiden Musiker zerstritten sich jedoch und gehen seit 2003 getrennte Wege. Thomas behauptet nun, Dieter noch nie singen gehört zu haben. In seinem Podcast Modern Talking – Einfach Anders stellt sich der Sänger den Fragen seiner Fans. Einer möchte dabei von ihm wissen, ob der DSDS-Juror denn auch damals selbst gesungen habe. Eigentlich weiß das ja nur Dieter Bohlen, zeigt sich Thomas geheimnisvoll. Dabei lässt er es sich jedoch auch nicht nehmen, ein wenig gegen den 69-Jährigen zu sticheln. Also, bei mir im Studio hat der noch nie gesungen. Ob das die Rache für Dieters Seitenhieb gegen ihn vor ein paar Monaten ist? Er sah ja aus wie ein kleiner Apache. Die Haare waren bis, zur Hüfte, Lipgloss und diese Kette. Wäre auf der Kette mal lieber Dieter gewesen. Dann wäre das okay gewesen, witzelte der Musikproduzent laut Bild. Wärtsende Herr Schreiber